Das ist der Simon, das ist der Basil, ich bin Marcel, wir arbeiten bei der Romer Holzbau AG als Zimmermann und heute zeigen wir euch, was wir in unserer Lehre so machen. Als Zimmermann beim Romer Holzbau macht man Dachsanierungen, Innenausbau und Neubau. Da ich sehr gerne handwerklich und draussen arbeite, ist der Zimmermann der ideale Job für mich. Der Romer Holzbau ist die ideale Firma, weil man hier das Handwerk noch richtig lernt. Wir sind ein junges, cooles, motiviertes Team. Wenn man Hilfe braucht, ist jeder da und hilft einem und erklärt einem, wenn man es noch nicht weiss. Speziell bei uns im Betrieb ist, dass man einen Leistungslohn bekommt und auch, dass man Fähre sehr kurzfristig ankünden kann. Wenn es du zwischendurch auch gerne lustig hast, dann bist du beim Romer am richtigen Ort. So, jetzt habt ihr den Alltag gesehen als Zimmermann. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerben wir jetzt beim Romer Holzbau. Das Schöne beim Romer Holzbau ist doch einfach, dass wir immer so schön arbeiten. Aufhören, Putz aufhören. Oh! Oh! Oh!